Es gab eine Zeit, da träumten wir von der großen Freiheit, von fernen Ländern, fremden Kulturen. Und heute, heute ist diese Freiheit Realität geworden. Ganz gleich, ob wir die Metropolen dieser Welt erkunden, über faszinierende Naturschauspiele staunen, nach unserem eigenen Rhythmus leben, oder ob wir mal wieder auf der ganzen Welt shoppen gehen. Freiheit bewegt uns. Freiheit braucht Sicherheit. STI – Security Training International Wir trainieren Ihre Sicherheit und beraten Sie kompetent. Ihre Sicherheit ist unser Anliegen. Mit kundenindividuellen Produkt- und Serviceangeboten. Mit erfahrenen Trainern und Beratern begleiten wir Sie auf Ihrem Weg, Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen. Training Der Mensch ist das wichtigste Bindeglied in einer gut funktionierenden Sicherheitskette. STI folgt diesem Grundsatz mit kundenindividuellen Präsenzseminaren. Durch den reichhaltigen Wissens- und Erfahrungsschatz unserer Trainer ist es so möglich, den individuellen Kundenansprüchen gerecht zu werden und in einem Seminar erfolgreich umzusetzen. Um die Erkennungsleistung von Luftsicherheitskontrollkräften nachhaltig zu steigern, bietet die STI zudem kombinierte Schulungen an mit Zuhilfenahme der firmeneigenen Trainingssoftware OTS – Operator Trainingssystem. Dadurch ist ein ganzheitliches Training möglich. Die perfekte Vorbereitung auf die Realität. Service Seit Jahren ist die STI verlässlicher Partner von Behörden im Bereich der Fluggastkontrolle an mehreren deutschen Flughäfen. Hierbei stellt und schult die STI eigenes Personal, um die geforderte Dienstleistung auf höchstem Niveau erbringen zu können. Ein weiteres Standbein ist das bundesweite Netz von Luftfrachtkontrollzentren. Hier bietet die STI als reglementierter Beauftragter den gesamten Kontrollprozess der Luftfracht eigenverantwortlich für ihre Kunden und gegenüber dem Luftfahrtbundesamt an. Consulting Neben unseren Trainingsdienstleistungen bieten wir auch Beratungsleistungen an. Der Fokus liegt hier auf der sicheren Lieferkette und Flughäfen. Die praktische Erfahrung aus unserem bundesweiten Netz von Luftfrachtkontrollzentren und die Durchführung von Fluggastkontrollen an mehreren deutschen Flughäfen fließt direkt in unsere Beratungsdienstleistungen ein. Abgerundet wird das Consulting-Portfolio der STI durch Audits und Voraudits der Erstellung von kundenindividuellen Sicherheitsplänen sowie EU-Validierungen. IT-Solution Neben den klassischen Präsenzschulungen bietet STI seit 2006 Online-Schulungen vor allem im Bereich der sicheren Lieferkette an. Die Vorteile dieses modernen Lernens liegen auf der Hand. Zeitliche Unabhängigkeit und individuelle Lerngeschwindigkeit mit sofortiger Erfolgskontrolle. Über 40.000 erfolgreiche Absolventen sind ein deutliches Indiz für die Wirksamkeit dieser modernen Trainingsmethode. Freiheit braucht Sicherheit. STI Security Training International Wir trainieren Ihre Sicherheit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hier bin ich auf dem Haus der Lernste Kumpel-Kirchen-Kirchen-Kirchen-Minh-Kirchen-Kirchen-Kirchen-Kirchen-Kirchen-Kirchen-Kirchen.